Guten Tag, ich bin Wolfgang Möhnisch, Experte für Verhandlungskunst. I'm Wolfgang Möhnisch, Master of Negotiation Arts. Und heute wende ich mich mit einem ganz besonderen Angebot an Sie, nämlich ein Verhandlungstraining, ein Verhandlungsseminar, insbesondere für Vertriebsmitarbeiter, das in Deutsch und in Englisch stattfindet, gemischtsprachig in beiden Sprachen. Weshalb? In Diskussionen mit Verantwortlichen, mit Kunden während der letzten Monate, habe ich immer wieder herausgehört und dann auch entsprechend verkauft, ein Verhandlungsseminar in beiden Sprachen macht Sinn, weil Vertriebsmitarbeiter, um die geht es hier ganz besonders, heute in vielen Fällen die Herausforderung haben, dass sie sowohl deutsche Kunden, deutschsprachige Kunden in Deutsch, als auch ausländische Kunden in Englisch zu bedienen haben. Das heißt, diese Vertriebsmitarbeiter bewegen sich in diesem Spannungsfeld, müssen sehr gut in Deutsch verhandeln, müssen genauso gut in Englisch verhandeln und dann geht es möglicherweise um Feinheiten und es kann sehr lohnend und sehr hilfreich sein, das in einem Verhandlungsseminar auch abzudecken. So, if this is the case in your company as well, that your sales staff has to negotiate in either English or German language with different customers or maybe with the same customers, this could be the right, the really smart solution for your company. So, don't hesitate to ask me, I will develop the right solution for your needs. Ein Verhandlungstraining, zwei oder drei Tage, unterstützt durch entsprechende Medien, durch Audioseminare, durch Podcasts, durch Webinare, die wiederum auch in Englisch oder in Deutsch durchgeführt werden können. Ich habe die Erfahrung, sowohl aus Verhandlungsseminaren, die ich in Deutsch durchführe, als auch aus Verhandlungsseminaren, die ich in Englisch durchführe. I have delivered English negotiation seminars in different countries all over Europe and I have delivered speeches in English language about negotiation all over the world. So, don't hesitate to ask me, I will have the right solution for you. Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf. Die Kontaktinformationen finden Sie gleich im Anschluss, zusammengefasst. Hier die Telefonnummer 0049 040 822 138 360 und der Rest gleich im Abspann. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme und verbleibe mit den besten Wünschen. Ihr Wolfgang Bönisch – In Substanz di complimentary – X zou ân Bönisch – In beard cabinetin – In verl斯s –